Also, diese Straßenlaternen mussten unbedingt aus sein, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber ein scheißlautes Motorrad mitten in der Nacht stört offenbar keinen. Hagrid bringt ein kleines Paket und sagt, ja, Entschuldigung, es könnte ein bisschen angematscht sein, ich hab während der Fahrt vielleicht mal drauf gesessen. Ach ne, Moment, das kommt ja jetzt später. Es ist natürlich der kleine Harry Potter als Baby eingewickelt in ein Küchenhandtuch.